Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie von Kang und Coworkers vor. Es geht um die Reduktion der Kawasaki-Erkrankung nach Nicht-Pharma-Zeutischen Interventionen in der Covid-19-Ära. Eine nationale Observationsstudie aus Korea. Die nicht-pharmazeutischen Maßnahmen gegen die Ausbreitung von SARS-CoV-2 haben nicht nur zu einem Rückgang von anderen Atemwegserkrankungen neben Covid-19 geführt. Mediziner aus Südkorea berichten in Circulation, dass auch das Kawasaki-Syndrom bei kleinen Kindern deutlich seltener geworden ist. Das Tragen von Masken und die körperliche Distanzierung sowie Schulschließungen haben überall zu einem Rückgang von akuten Atemwegsinfektionen geführt, die meist durch Viren verursacht werden und in den ersten Lebensjahren am häufigsten sind. Nach den Daten des Global Influencer Hospital Surveillance Network, die in der letzten Woche in Science vorgestellt wurden, ist in diesem Winter nicht nur die Grippewelle praktisch ausgefallen. Auch Infektionen mit RS-Virus, Rhinoviren, Meta-Pneumovirus, Para-Influencer-Viren und den endemischen Coronaviren sind deutlich seltener geworden. In Südkorea ist die Zahl der kleinen Kinder, die an einem Kawasaki-Syndrom erkranken sind, stark zurückgegangen, seit die Regierung im Februar eine strikte Maskenpflicht und andere nicht-pharmazeutische Maßnahmen gegen die Ausbreitung von SARS-CoV-2 eingeführt hat. In den Vorjahren erkrankten in Südkorea, dass nach Japan die weltweit zweithöchste Inzidenz am Kawasaki-Syndrom hat, in der Zeit zwischen Februar und September, dem saisonalen Gipfel der Erkrankungen, 31,5 Personen auf 100.000 Einwohner am Kawasaki-Syndrom. Zu 83% waren es Kinder unter 5 Jahren. Im Jahr 2020 blieb der saisonale Anstieg aus. Die Inzidenz betrug zwischen Februar und September nur 18,8 Erkrankungen auf 100.000 Personen. Das sind 58% des erwarteten Wertes. Der größte Rückgang entfiel auf die Kinder unter 9 Jahren. Bei Älteren und bei Erwachsenen, bei denen das Kawasaki-Syndrom jedoch sehr selten ist, war kein Rückgang erkennbar. Die Zahlen bestätigen die Vermutung, dass das Kawasaki-Syndrom, dessen Ursache ungeklärt ist, eine Reaktion des Körpers auf eine frühere Atemwegsinfektion ist. Warum die Erkrankung vor allem in Südostasien auftritt, ist unbekannt. Die Erreger der Atemwegserkrankung sind die gleichen wie im Westen. Experten vermuten deshalb, dass genetische Faktoren die Empfänglichkeit für das Kawasaki-Syndrom erhöhen. Die Kinder erkranken akut am hohen Fieber, das von einer Konjunktivitis, einem Exanthem, einem Enanthem, Rötung von Lippen- und Mundhülle mit Erdbeerzunge, Schwellungen und Rötungen an Händen und Füßen und einer Cervical-Lymphadenopathie begleitet wird. Den Symptomen liegt eine nekrotisierende Vaskulitis zugrunde, die auch die Koronar-Arterien schädigen kann. Dort kann es zu größeren Aneurysmen und zu einer Störung der kardialen Durchblutung kommen. Im letzten Jahr wurde eine dem Kawasaki-Syndrom ähnlich erkrankt bei Kindern entdeckt, die sich zuvor mit SARS-CoV-2 infiziert hatten, aber in der Regel nicht schwer erkranken. Das MISC, Multi-System Inflammatory Syndrome in Children, tritt eher bei älteren Kindern 5 bis 14 Jahren auf, die in der Akutphase nicht selten wegen kardialer Störungen auf Intensivstationen behandelt werden müssen, sich aber ebenso wie die meisten Kinder mit Kawasaki-Syndrom später wieder vollständig erholen. Weitere Informationen und Ergebnisse nehmen Sie der aktuellen Studie im Circulation.